Das Traumschiff mit Simone Tomala, ZDF enthüllt mehr Details zur Osterfolge Auch im TV gibt es Traditionen zu Ostern. Dazu zählt eine neue Folge vom Traumschiff. Das ZDF hat nun weitere Details zur Folge enthüllt. Dortmund, das Traumschiff im ZDF gehört zu den wohl kultigsten TV-Serien in Deutschland. Dabei können sich Fans jedes Jahr auf feste Sendetermine verlassen. Dazu zählt auch der Ostersonntag. Nun hat der Mainzer Sender weitere Details zur Osterausgabe 2024 mit Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen, enthüllt. Das Traumschiff mit Simone Tomala, ZDF enthüllt mehr Details zur Osterfolge. Bereits bekannt war, dass Frühling-Star Simone Tomala an Bord vom Traumschiff sein wird. Die Reise führt sie und alle weiteren Passagiere dieses Mal auf die thailändische Insel Phuket. Simone Tomala fährt als Tante eines Jugendlichen mit, der auf der gleichen Route zuvor seine Mutter verloren hat. Der Versuch der Heilungsreise gestaltet sich jedoch schwieriger als erwartet. Hilfe erhalten die beiden durch Klaus Sturm, der von Andreas Schmidtschaller gespielt wird. Er ist der Vater von Mellie Sturm, die eigentlich eine ungestörte Hochzeitsreise mit ihrer Frau, der Zoologin Dr. Annika Ehler, gespielt von Maxine Karzis, auf dem Traumschiff verbringen will. ZDF nennt weitere Details zum Traumschiff. Influencer Riccardo Simonetti ist dabei. Nach dem plötzlichen Aufeinandertreffen mit ihrem Vater befindet sich Mellie Sturm jedoch in einer Zwickmühle. Sie möchte Klaus die volle Aufmerksamkeit geben, gleichzeitig auch die Hochzeitsreise mit Annika genießen. Was Mellie nicht weiß, ihre Ehefrau hat ganz andere Probleme, alle Promi und TV-News auf Ruhr 24. Vor der Reise bekam sie ein Jobangebot von Benjamin, dem Leiter einer Elefantenfarm. Gespielt wird dieser von Influencer Riccardo Simonetti. Zoologin Annika konnte jedoch noch nicht mit Mellie über das Angebot sprechen. Untertitelung des ZDF, 2020